So, da bin ich wieder. Heute mit einem kurzen Marktupdate der Crash Star FTX heimlich insolvent. BTC testet neue Lows. Alameda ist sozusagen Toast. Binance plant FTX aufzukaufen. FTX ist von 22 Dollar jetzt auf 4 Dollar gefallen momentan und ist auf dem Weg Richtung Null, so wie es aussieht. CC hat schon announced, dass es eine Proof of Reserve geben wird und Coinbase war kurzzeitig sogar komplett down. Was für eine kranke Woche Leute. Es hat eigentlich kurzzeitig so schön bullisch ausgesehen. Wir hätten so eine schöne Jahresendrallye haben können. Und jetzt fällt wieder alles, wie weit es noch runter geht, was da die Levels sind, worauf ihr euch vorbereiten könnt. Das schauen wir uns alles in diesem Video an. Ich hoffe, dass ihr wirklich alle eure Funds von FTX noch runter bekommen habt, bevor die Auszahlungen gestoppt worden sind. Ich habe gestern mit Leuten geredet, die es nicht geschafft haben. Die sogar, der eine hat über eine Million auf FTX liegen, auf die er jetzt keinen Zugriff hat. Und ja, da geht es einem dann anders. Da geht es einem dann auf jeden Fall anders. Ich kann nur hoffen, dass die meisten von euch es geschafft haben und ich sie noch rechtzeitig warnen konnte. Ich werde dann auch nochmal auf die Frage eingehen, mit was man jetzt so rechnen kann, falls man nicht die Kohle von der Plattform bekommen hat. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, es ist ja auch noch nicht alles fix, ob Binance das dann wirklich übernimmt. Die haben noch immer jederzeit das Recht, von diesem Deal zurückzutreten. Das sollte man auch im Kopf behalten. Die wahrscheinlichsten Szenarien werden wir heute besprechen. Also starten wir ins Video. So, wir starten mit dem BTC-USD-Power auf Binance. Das ist der Eintagesschart. Und ja, gestern, nachdem bekannt wurde, dass FTX wirklich Liquiditätsprobleme hat, ist der Preis natürlich nach unten gegangen. Die Leute verlieren so langsam das Vertrauen in den Kryptospace, wenn die zweitgrößte Börse down geht. Wir zoomen jetzt ein bisschen rein, damit wir uns den Drop ein bisschen genauer anschauen. Springen wir jetzt kurz mal in den 4-Stunden-Chart. Und da können wir schon sehen, das waren wahnsinnige Bewegungen gestern. Also, ja, einfach heftig. Und ich muss sagen, das hier sieht auch nicht gut aus. Wir hatten hier so einen kurzen Bouncer. Aber ich habe eher das Gefühl, dass wir noch tiefer gehen. Vor allem, wenn der Deal mit CC nicht durchgeht. Springen wir mal in den Wochen-Chart, damit wir uns vorstellen können, wo dann die nächsten Levels sind, von denen wir sprechen. Und das ist echt grausam. Also, wenn die 17.500, die 17.000 nicht halten würden, ja, und wir unter diese rote Linie brechen würden, also aus der Unterseite dieses Korridors, ja, wäre mein nächstes Target zwischen 14.000 und 15.000 Dollar. Wenn das auch nicht halten sollte, ja, wenn wir von dort keine starke Gegenbewegung sehen, dann ist der nächste Bereich um die 10.000 Dollar. Ich halte das schon für das Worst-Case-Szenario, also die 10k, ja. Andere Leute meinen, wenn die 10k nicht halten, gehen wir noch runter auf die 5, ja. Aber das wäre dann wirklich schon Armageddon, ja. Das wäre dann wirklich schon Armageddon. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es dann alle anderen Altcoins mit runterreißen würde. Da wären dann wirklich dann die Lichter aus. Worauf wir jetzt ein wenig hoffen müssen, ist, dass andere große Institutional Player, ja, so wie BlackRock selber, sich jetzt nicht mehr auf Zweitfilme verlässt wie FTX, sondern komplett selbst in den Markt kommt, ja, und vielleicht große Mengen am Markt kauft, ja, das wäre eine Hoffnung, die vielleicht den Kurs hier noch stabilisieren könnte. Ansonsten bin ich jetzt leider eher durch diese Entwicklungen fürs Ende des Jahres eher sehr bearish. Vor allem, wie gesagt, wenn Binance nicht FTX übernimmt, ja, und sozusagen in die Presse springt, dann wird das Ganze noch viel blutiger. Ich bin wieder in den 4-Stunden-Shot gesprungen, jetzt sehen wir gerade ein bisschen eine Gegenbewegung. Hoffentlich Hates, ja, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass wir noch tiefere Kurse sehen. Ich glaube, die Leute haben einfach auf diese Shitshow keine Lust und verlieren da das Vertrauen und denken sich, sie ziehen das Geld lieber ab, bevor jetzt noch das Nächste kollabiert, ja. Und wir wissen auch noch gar nicht, was das alles für Folgeeffekte hat, wenn jetzt Elamida und FTX down geht, ja. Was da alles noch dran hängt, was da für Deals waren, das kann sich ja auch noch einige Steine ins Rollen bringen. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht zu früh freuen, dass wir da eine kleine Gegenbewegung sehen. Der Support bis auf die 17 runter baut sich gerade auf, ja. Es sieht auch nicht so schlecht aus, also bis zicke ich hier ein bisschen was unter der roten Linie. Da ist der Support gar nicht so schlecht, aber ob er halten wird oder ob da noch ein dicker Abverkauf kommt, wenn neue schlechte Nachrichten reinkommen, das müssen wir jetzt abwarten. Wie sieht es bei den Altcoins aus? Starten wir mit Best, weil ich glaube, die meisten Leute halten den Best Token, also auf jeden Fall die Leute, die den Kanal verfolgen. Von denen, glaube ich, halten viele noch den Best Token oder einige noch zumindest, ja. Und da schaut es auch ziemlich schlecht aus. Da der BTC jetzt durchgebrochen ist, haben wir das 33 Cent Level ziemlich schnell durchschritten. Sind jetzt auf dem Weg zu den 30 Cent. Das wäre mein nächstes Target. Also das ist das nächste Target, wo wir ein bisschen Support haben, wo wir, glaube ich, ein bisschen Widerstand sehen werden. Wenn der nicht hält und BTC noch stärker tippt, ja, wo geht dann die Reise hin? Also wenn dieser Support nicht hält bei den 30 Cent, ja, dann werden wir runterklatschen auf die 25 bis 20 Cent. Irgendwo dazwischen wird sich dann wahrscheinlich Support aufbauen. Wenn der nicht hält, dann geht es runter auf die 15 Cent. Das wäre jetzt das Armageddon Szenario für den Best Token, ja. Wenn jetzt wirklich alles runterrasselt und noch tiefer geht, dann können wir mit solchen Levels rechnen, ja. Bei IOTA sieht es sogar noch ein bisschen schlechter aus, ja. Da haben wir schon den tiefsten Punkt wieder gebrochen, ja. Und wenn das Level nicht hält, dann sehen wir bei IOTA auch noch tiefere Kurse. Bei 20 Cent haben wir zwar wieder ein bisschen Support, ja. Aber gigantisch ist der auch nicht, ja. Also wenn dann die 20 Cent nicht halten, dann kommen wir auf die 15, dann auf die 12 und dann auf die 10 Cent ungefähr. Da spätestens sollte sich dann auf jeden Fall wieder starker Support aufbauen, ja. Das sind jetzt alles die Armageddon Szenarien, ja. Wenn jetzt eine schlechte News nach der anderen rauskommt. Ich will euch jetzt keine Angst machen, aber dass ihr mental darauf vorbereitet seid, dass ihr vielleicht ein bisschen Cash auf die Seite legt. Vielleicht sehen wir dieses Weihnachten eine sehr gute Einstiegszeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da kann man sich ein bisschen schon darauf vorbereiten, ein bisschen Cash auf die Seite legen, falls das Szenario wirklich eintrifft, dass man zu den super günstigen Preisen dann einkaufen kann. Allgemein hat sich ja an der Situation nichts verändert. Wenn ihr an die Projekte vorher geglaubt habt, dann solltet ihr jetzt auch noch daran glauben. Nur weil FTX da falsch gewirtschaftet hat, heißt das ja nicht, dass die anderen Projekte schlecht sind. BTC ist ja jetzt nicht schlechter geworden, nur weil FTX irgendeinen Scheiß gebaut hat, ja. Also daran bitte auch denken, dass jetzt extrem viel Angst da ist, extrem viel Blut auf den Straßen. Und wenn das der Fall ist, ist es dann meistens auch eine gute Zeit, um dann einzukaufen. Ich habe zwar gehofft, dass wir nicht noch so einen Final-Up-Verkauf sehen werden, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass FTX so schnell down geht. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch den Pantos an. Wie sieht es da aus? Ja, der hat sich eigentlich jetzt von den Altcoins am besten gehalten, weil wir ja da kurz davor den Pump gesehen haben. Auch Matic hat sich relativ gut gehalten, weil wir kurz davor den Pump gesehen haben. Aber wie der ganze Markt gefallen ist, hat Pantos auch nicht dagegen halten können. Und es ist runtergegangen, ja. Wir sind jetzt wieder bei den 6 Cent. Dort haben wir ein bisschen Eindruck, aber es ist nicht viel. Und nach unten hin schaut der Support eigentlich gut aus. Sollte BTC trotzdem fallen, glaube ich, könnten wir noch dieses untere Level sehen. Und im schlimmsten Fall wieder die 4 Cent. Und dann wären das nächste die 3 Cent, ja. Das wäre dann das allerschlimmste Szenario, das ich hier sehe, wenn wirklich viele Leute aus dem Markt gehen. Wenn noch mehr schlechte Nachrichten kommen und der BTC weiterdippt, dann könnte dieses Szenario eintreffen. Wie gesagt, das wäre das allerschlechteste Szenario. Ich hoffe darauf, dass Binance ja FTX aufkauft, alle ihre Funds zurückkriegen, ein bisschen ein Vertrauen wieder in die Branche zurückkommt. Wir uns langsam wieder auf die 20k kämpfen beim BTC. Ja, das wäre mein Wunsch. Aber leider ist das Leben kein Wunschkonzert. Und wir müssen uns einfach realistisch den Markt anschauen. Und momentan sieht es schlecht aus. Auch GIT wurde komplett zerlegt. Wir hatten da noch den schönen Run auf die 10 Cent und dann, boom, Abverkauf. Jetzt sind wir ungefähr bei den 7 Cent, ja. Und es scheint aber so, als würde es noch ein bisschen tiefer runtergehen. Wo wäre denn das nächste Level? Also bei 6 Cent haben wir schon einen sehr starken Support. Da müssen wir mal schauen, ob der wirklich hält, ja. Im Moment schaut es ja danach aus, als würde der halten können. Auch wenn der BTC jetzt noch ein bisschen tiefer dippt, sollte der Support theoretisch halten. Aber das nächste Level wären dann die 4 Cent und dann die 2 Cent, ja. Wenn es so weit runterkommt, würde ich eine Riesenposition GIT aufmachen. Das wäre jetzt, wie gesagt, im allerschlimmsten Szenario. Ich hoffe ja, dass wir bei den 6 Cent den Support halten können. Aber das werden wir erst im Laufe der Woche sehen. Jetzt springen wir noch kurz zum FTT-Token und besprechen mal kurz, was so die verschiedenen Szenarien wären, auf die man sich so vorbereiten kann. Hier sind wir auf dem FTT-UCT-Chart, auf dem Eintageschart, während der Sam seine Tweets löscht, um sich auf die Anklagen vorzubereiten, weil da werden sich ja einige eintrudeln, ja. Stürzt der FTT-Preis immer tiefer. Ich habe ein paar Fragen bekommen. Kann der Preis gegen Null gehen? Ja, also der Preis kann gegen Null gehen. Wir haben das bei Luna gesehen, ja. Wenn keine Käufer auftreten für den Token, dann kannst du ihn einfach nicht verkaufen, ja. Egal, was für einen Preis er hat. Das heißt, selbst wenn man jetzt darauf spekuliert, dass Binance FTX übernimmt und vielleicht die User FTT gegen BNB tauschen können, sagen wir mal, wird das in dem Dollarverhältnis sein, ja. Also ihr werdet nicht für einen FTT ein BNB bekommen, sondern in dem Dollarverhältnis und je tiefer dann der Preis ist, desto weniger bekommt ihr für eure FTT-Token. Das heißt, selbst wenn es da eine positive Übernahme und überhaupt irgendwas für den FTT-Token geplant ist, ja, würde ich nicht mit allzu viel rechnen, ja. Wenn ihr sonst noch Funds, also nicht unbedingt FTT oder Solana, von den beiden jetzt mal abgesehen, auf FTX liegen habt, ja. Was passiert jetzt mit diesen Funds? Wenn Binance wirklich die Situation retten kann, das Loch nicht zu groß ist, ja, kann es sein, dass die Leute langsam ihre Funds abziehen können. Vielleicht auch mit gewissen Limits am Anfang, um das ganze System nicht zu überlasten. Ja, sollte Binance nicht einspringen, dann werden sie wahrscheinlich insolvent gehen, so wie Celsius. Das heißt, dass man dann im Nachhinein auf seinen Dollar ein paar Cent bekommt. Wie hoch das Ganze ausfallen wird, ob man auf 50 Cent auf den Dollar bekommt oder nur 20 Cent auf den Dollar, das kann ich jetzt noch überhaupt nicht sagen. Wir wissen nicht, wie groß das Loch in ihrem Balance Sheet wirklich ist, ja. Da jetzt der FTT-Preis sehr stark gefallen ist, werden auch die ganzen Positionen, wo FTT als Collateral hinterlegt war, bereits liquidiert worden sein. Jetzt scheint im Moment der größte Verkaufskurz nachzulassen, ja. Aber das heißt noch nichts, ja, wenn Binance dann abspringt von dem Deal, kann es noch tiefer gehen, ja. Also nur, um darauf auch vorbereitet zu sein. Sollte es wirklich zu einer Insolvenz kommen, so wie bei Celsius, werde ich euch da auch up-to-date halten und euch genau erklären, wo ihr prüfen könnt, ob eure Funds richtig eingetragen sind, sodass ihr dann auch was zurückbekommt, ja. Das bin ich ja bei Celsius auch mit euch durchgegangen. Ja, ich finde es schrecklich, dass ich da in diesem Jahr schon zweimal davor warnen musste, das Geld von der Börse zu ziehen. Und ja, es tut mir für all diejenigen leid, die da noch Kohle oben haben und jetzt ihre Funds nicht runterbekommen. Ja, lasst den Kopf nicht hängen, Leute. Ich weiß, es ist ein mega Rückschlag. Viele Leute hatten wirklich sehr viel Geld auf der Plattform, aber man sollte einfach nur daraus lernen, seine BTC, wenn man wirklich viel auf der Plattform liegen hat, dann vielleicht doch auf die Hardware-Wolle drunter ziehen und nicht so viel Vertrauen den Plattformen schenken. Weil wir sehen, es geht dann doch sehr, sehr schnell bergab. Ja, wirklich mies für den ganzen Kryptomarkt. Ich bin auch noch gespannt, wo wir mit dem BTC landen werden. Das nächste Horrorszenario wäre, wenn Michael Saylor liquidiert werden würde, weil der hat sich ja auch was auf seinem BTC ausgeborgt. Er selbst hat zwar gesagt, sein Liquidation-Level liegt bei 4.000 Dollar, aber er ist sehr spät in den Markt eingestiegen. Deswegen, so sicher, ob er da unbedingt die Wahrheit spricht, ja. Sagen wir mal, es liegt bei 16.000 Dollar und wir fallen auf die 14, ja. Und dann wird die Position liquidiert, dann geht es noch tiefer bergab, Leute, ja. Also das könnte dann den ultimativen Push auslösen. Weiter hinunter. Ich hoffe, der Saylor hat die Wahrheit gesagt und seine Liquidation-Grenze liegt wirklich bei 4.000. Weil sonst könnte es richtig blutig werden, ja. Ja, leider nicht so schöne Aussichten. Ich hätte mir einen schönen Run gewünscht. Aber leider, danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Im Moment sieht es eher aus, als würden die Kurse noch tiefer gehen. Denn natürlich wissen kann man es nie. Vielleicht kommt jetzt auch eine dicke Gegenbewegung. Irgendein Institutional Player, der jetzt in den Markt einsteigen will, für die nächsten Jahre sich vorbereitet, eine Exchange aufzubauen, etc. Vielleicht kommt da ein bisschen Druck rein. Aber das ist im Moment reines Hopium. Im Moment sehen wir es noch nicht, ja. Wir haben zwar ein bisschen eine Gegenbewegung jetzt gesehen bei den 17.000. Aber ob die jetzt wirklich halten werden, das werden wir erst im Laufe der Woche sehen. Am Freitag kommt dann wieder mein Bitpanda-Portfolio-Update. Und da werden wir dann auch nochmal über den BTC reden. Und mal schauen, wo wir dann stehen. Ich hoffe, dieses kurze Update hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video.